Ich habe mich am Knie verletzt und war damals noch in der Lehre. Und dann hat meine damalige Chefin zu mir gesagt, was mir halt lieber wäre. Hallo liebe Marianne Hertel. Hallo Mara. Du gehörst zu der ersten Generation von 05erinnen, die sich Anfang der 1970er Jahre zusammengefunden hat. Und auch darüber, warum du dann aufhören musstest, wollen wir heute ein bisschen sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für mich hast. Gerne. Kannst du dich denn noch erinnern, es gab ja diesen legendären Zeitungsaufruf, in dem nach Spielerinnen gesucht wurde. Hast du den auch gesehen oder wie bist du darauf aufmerksam geworden? Nein, ich habe den nicht gesehen. Ich bin durch eine frühere Klassenkameradin darauf aufmerksam geworden. Die Gerlinde hat mir das gesagt und daraufhin bin ich mit Gerlinde dann zum Training gegangen, das erste Mal. Und ihr habt euch da an dieser alten Holzbaracke getroffen, ne? Ja, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie das so war? Wie war da so die Stimmung? Wie viele Frauen sind da gekommen? Also wie viele genau, das kann ich nicht sagen. Natürlich war man am Anfang ziemlich aufgeregt unterwegs, weil es war ja was Neues für uns alle. Was war dein Bezug zu Fußball? Wie hast du Fußball für dich entdeckt? Mein Vater war schon immer sehr fußballbegeistert gewesen. Mein Vater war Engländer, also er war West Ham-Fan gewesen. Und der hat mich irgendwie, ich sage mal, angesteckt, fußballmäßig. Und ich habe früher immer mit den Buben auf der Straße Fußball gespielt. Ist dein Vater bei West Ham auch ins Stadion gegangen? War er früher. Durftest du da mal mit? Nein, nein. Wir haben ja also weiter weg von London gewohnt. Wir haben im Norden damals gewohnt. Und was hast du von ihm so über seine Fußballbegeisterung mitbekommen? Was hat er so erzählt? Man konnte das ja damals nicht so einfach im Fernsehen gucken wie heute, ne? Ja, nein. Ja gut, er hat halt von früher, wie er dann immer im Stadion und wie es dann da war. Und mein Vater hat es halt damals noch viel im Radio verfolgt. Hat ein Buch geführt über die Spiele und hat sich immer alles akkurat aufgeschrieben. Ah, das ist sehr spannend. Und war das so etwas, was man dann als Familie gemacht hat, sich so ein Spiel am Radio anhören? Familie weniger. Es war mehr, ich sage mal, mein Vater und ich. Meine Brüder war nicht so für Fußball groß. Ja, meine Mutter ist sowieso da nicht so, ja. War das etwas, was euch so verbunden hat? Mein Vater nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Und was hat der gesagt, als du erzählt hast, ich gehe da jetzt zum Verein und stelle mich mal vor? Er hat sich sehr gefreut. Ja? Ja, ja. Weil das war ja nicht selbstverständlich zu der Zeit, ne? Nein, natürlich. Wie gesagt, meine Brüder überhaupt nicht viel mit Fußball am Hut und ich dann als Tochter, da hat er sich schon gefreut. Was ich total spannend finde, euer Trainer war ja Günther Planz, ne? Ja. Und der hat total akkurat Buch geführt und er hat tatsächlich für jedes Spiel auch die Positionen aufgeschrieben. Du bist auf jeden Fall bei ihm immer sehr offensiv, ne? Ja, ja. Das heißt, du warst schon auch mit so fürs Tore schießen vorne zuständig. Mit dabei, ja. Und kann das sein, ihr habt relativ offensiv insgesamt gespielt, oder? Ja, 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 das haben wir. Das auf jeden Fall. Weil wenn man sich die Aufzeichnungen so anschaut, waren das fast immer Spiele mit extrem vielen Toren. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Also torgefährlich waren wir schon. Ja, aber eine Mannschaft gab es gegen, die ihr auch nichts ausrichten konntet, oder? Ja, ja, der Stadt. Die ja dann später auch die erste deutsche Meisterschaft geholt haben. Genau, genau, richtig, richtig. Und wie war so das Interesse im Verein? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich sage mal, am Anfang war es natürlich schon nicht so, dass der Verein so ganz praktisch, ich sage mal, hinter der gestanden hat. Ja, aber natürlich wurde es mit der Zeit ja schon besser, auf jeden Fall. Und es sind mit der Zeit auch richtig viele Leute ins Stadion gekommen, oder? Ja, ja, ja. Natürlich nicht so wie heute, das ist klar. Aber für die damalige Zeit war das schon viel gewesen, die im Stadion waren, ja. Ihr hattet ja mit 18, 17 Mainz auch eine richtige Lokalrivalin. War das was Besonderes, so wie man das heute so als Derby kennt, dass man wusste, man tritt jetzt innerhalb der Stadt an? Ja, würde ich schon sagen, dass das wie so ein kleines Derby war, mit 18, 17, auf jeden Fall. Du hast dich dann verletzt? Ja. Beim Spiel tatsächlich? Ja, beim Spiel, genau. Es war zwar nicht mehr welches Spiel, aber ich habe mich am Knie verletzt und war damals noch in der Lehre. Und dann hat meine damalige Chefin zu mir gesagt, also was mir halt lieber wäre, Fußball oder meine Lehre, halt durch die Verletzung wäre ich natürlich ausgefallen im Geschäft. Dann, na ja, gut. Und natürlich, meine Eltern haben dann halt gesagt, klar, deine Lehre geht erst einmal vor. Wenn dir das so einen Spaß gemacht hat mit dem Fußball, dann war das ja wahrscheinlich, also von außen, die Eltern gucken drauf und sagen, ist ja völlig logisch. Ja, ja. Aber das ist dir wahrscheinlich nicht leicht gefallen, oder? Also nein, überhaupt nicht. Das hat mir schon leid getan. Ich hätte natürlich logischerweise gern weitergespielt. Aber wie gesagt, das war halt eine Zeit, da war das noch nicht so mit dem Fußball, dass du jetzt sagen kannst, hier, hör mal zu. So, das kann ja beides machen. Das war halt damals noch nicht so gewesen, ja. Bedauerst du es manchmal, dass du nicht spielen konntest in einer Zeit, wo du die Möglichkeit gehabt hättest, das eben zu vereinen oder vielleicht sogar dein Geld zu verdienen mit Fußball? Wäre das was gewesen? Ja, ja, doch, ich würde schon sagen, ja. Wenn das geblieben wäre und wie du sagtest, die Zeit jetzt, denke ich schon, dass mir das schon sehr gut gefallen hätte, also mit dem Fußball. Haben denn so die Leute in deinem Umfeld später das gewusst, dass du mal Fußballerin bei Mainz 05 warst? Ähm, nicht alle. Ich habe das dann ab und an mal erzählt oder dann waren manche ja erstaunt, was? Und dann habe ich gesagt, ja, so und so war das damals. Dann musste ich leider aufhören. Und ja, so hat man das halt immer erzählt. Aber viele haben es nicht gewusst, nein. Ist dein Fußballinteresse eigentlich geblieben? Schaust du heute Fußball? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind natürlich große 05-Fans, haben da auch gehabt, wir sind immer dabei. Und auch, sagen wir mal natürlich, Länderspiele etc. pp. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ich bin natürlich, wenn England spielt, England. Wie macht ihr das dann hier zu Hause? Wir haben beide unseren eigenen Fernseher, also jeder guckt da ins Land. Zusammen können wir dieses Spiel nicht schauen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir ein bisschen, oh, jetzt habe ich den Gummibärchen verloren, dass du mir ein bisschen empfehlt hast. Nicht, dass es in die Sofa fällt. Du bekommst als Dankeschön in der Wortpiratinnen Gummibärchen-Tüte die Gummibärchen zum Snacken. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gerne. 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 Vielen Dank.